So, alle satt gewonnen? Lillis Ankerplatz steht heute noch länger hier. Wer es jetzt nicht ganz geschafft hat, etwas zu essen zu bekommen, da ist noch Zeit geworden. Denk mal so bis 19 Uhr wird sie da stehen. Es sollte danach noch Hunger sein. Wir haben auch noch Suppe. Suppe von Kerst, ne? Also es ist eine dicke Suppe. Chili, das habt ihr ja auch schon gehört. Die war gestern schon, geil. So, die letzten Räuberinnen reingekommen? Ja! Ja! Sorry! Ja, vier Leute von uns hat vor Befehlen noch. Die werden dann hinterher noch eingewiesen. Ja, die werden eingewiesen. Die werden aber richtig eingewiesen. Also wir sind noch mal aus dem Dorf hier. Wir sind da schlippern der ganze Zeit. Ihr habt den weitesten Anfahrtsweg. Die kommen mal am spätesten. Naja. So, herzlich willkommen. Das dritte K.O. Action-Shooting-Match. Mit CO2 und Drucklustarten. Hier bei uns. Bei der schönen Kameradschaft Burst in Sandstetten. Und hier seid ihr gar nicht gekommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Applaus Es drehen sich ja hier noch ein bisschen die Anfahrtswege. Wer ist am weitesten? Also ich hab jetzt glaub ich, wenn ich das richtig auf dem Zettel hab, Matthew Kinner aus Würzburg. Richtig, ne? Richtig. Ja. Wahnsinn. Also klasse. Gut, du hast noch mit deiner Kutsche noch einen Zwischenstopp bei Roskow gemacht. Die Pferde gefüllt haben gehafert. Von gespiegelten. Die restlichen 130 Kilometer werden hier noch hergeschafft. Also super. Danke, dass du da bist. Dass ihr da seid. Ob das jetzt nun aus Würzburg ist. Köln ist ja auch schon ein Ritt. Berlin genauso. Flensburg. Hannover. Peine. Paris noch nicht. Also klasse. Heute das erste Mal über zwei Tage. Beziehungsweise gestern sind wir schon in das Wochenende gestartet. Mit dem Side-Match. Ich denke mir mal, das hat gefallen, ne? Ja. So eineinhalb Stunden haben wir geschossen. 29, nee 30 Teilnehmer sind da sogar gewesen. Einen haben wir leider unterschlagen hier bei der Preisverleihung. Aber einer von unserer Truppe ist das alle. Das machen wir dann auch momentan wieder klar. Also ich denke mir mal, das war ein guter Einklang für heute. Für das Hauptmatch, was uns hier vorsteht. Und dazu haben wir ja wieder, wie ihr es ja schon gesehen habt, zwei Ranges. Oben und unten im Schießkeller. Jeweils zwei Stages. Hier oben wird Stage 2 und 4 geschossen. Unten 1 und 3. Zu den jeweiligen Stages sagt dann aber der Range Officer was. Ich denke mal, da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Weil das macht ihr mit der Gruppe. Wenn ihr in der Gruppe seid, Posse 1, 2, 3. Dann macht er auch das mit euch. Bevor es losgeht. Das ist dann einfacher, denke ich mal, und verständlicher. Wie mit der großen Gruppe hier. Drei Possen bedeutet drei Posse-Marschals, die wir hier haben. Darf ich doch mal zu mir bitten, den Körnel. Wo ist der Körnel? Unser Körnel? Bitte mal einmal dich kenntlich machen als Posse-Marschal. Ach nee, hier. Die sind hier dran. Dann haben wir hier noch Paladin. Siehst du, da liegt doch mein Headset neben mir. Da liegt wenigstens beide Hände frei. Aber ich war zu faul heute. Paladin. Einmal für dich. Paladin ist der Posse-Marschal von... Was hast du? Zwei? Drei. Der Körnel, an den könnt ihr euch wenden, ist für die Posse 2 zuständig. Und dann haben wir noch die 1, das Finten Sunset Sam. Kommen wir. Kommen wir mal. Also, Range Officer, klar, der sagt, wie es geschossen wird. Aber es sind Fragen, die drei Herren, die drei Körner sind kompetente Leute. Die können euch natürlich da auch Hilfestellung geben. Dafür sind sie auch da. Die sollen ja nicht nur Strafgelder kassieren, die als Marschals. Sondern, wenn Hilfebedarf ist an Hilfe, dann könnt ihr euch an die natürlich selber wenden. Und die drei halten auch so ein bisschen die Gruppe zusammen. Dass das nicht so richtig zerstreut wird. Die drei kümmern sich dann bitte auch um die Spotter. Dass immer drei Spotter auf der Range sind. Und ich schieße nicht mit. Ich mache unten den Range Officer komplett durch. Ace McCormick ist oben für Stage 2 und 4 hier zuständig. Er schießt aber mit. Da haben wir uns so geeinigt, damit das für ihn nicht ganz so stressig wird. Er schießt das denn nach, wenn er mit euch allen durch ist, die Zeit genommen hat. Dann bleiben noch drei Spotter bitte noch auf der Range und einer nimmt ihm die Zeit dann auch. Das mache ich mal hier unten, hier oben bin ich der Erste. So machen wir das. Gut, ne?